Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, heute gucken wir uns mal wieder eine weitere Partei an, denn unsere Partei heißt heute die Freien Wähler. Jeden Sonntag kommt ein neues Video zu einer neuen Partei. Das hier ist jetzt mittlerweile das letzte. Falls ihr die anderen Videos noch nicht geguckt habt, könnt ihr einfach mal auf meinem Kanal gucken. Da habe ich eine Playlist zu dieser Serie gemacht. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr die mal abcheckt. Und ja, würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal direkt an mit den Grundlagen der Freien Wähler. Und ja, die Parteiführung besteht aus Hubert Aiwanger und dieser ist der Parteivorsitzende der Freien Wähler. Ja, gegründet wurde die Partei am 24. Januar 2009. Und man kann im Prinzip sagen, dass die Ausrichtung der Freien Wähler die politische Mitte ist. Hier muss ich wieder sagen, das ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Das hier ist wie gesagt nur meine eigene Meinung. Bildet euch bitte eure eigene Meinung. Im Folgenden habe ich euch ja noch das Wahlprogramm zusammengefasst. Da könnt ihr dann auch einfach eure Meinung daraus bilden. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr immer kritisch Fakten gegenübersteht und euch immer eure eigene Meinung bildet. Und ja, der Hauptsitz ist nicht in Berlin, wie von vielen anderen Parteien, sondern der Hauptsitz ist in Gandakesee. Außerdem haben die Freien Wähler keinen Abgeordneten im Bundestag. Jedoch haben sie 28 Sitz im Landtag. Außerdem haben sie zwei Abgeordnete im Europaparlament in Brüssel. Und ja, da würde ich sagen, kommen wir auch einfach jetzt direkt schon mal zum Wahlprogramm. Und der erste Punkt, den ich mir rausgesucht habe, ist die Asylpolitik. Und ja, dort fordern eben die Freien Wähler, dass das Asylrecht nur für eine bestimmte Zeit gelten soll, in der es einen Grund für dieses Asylrecht gibt. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Flüchtlinge aus einem Krebsgebiet nach Deutschland kommen, soll das Asyl so lange gelten, bis eben der Krieg in ihrem Heimatland sozusagen vorbei ist. Und danach soll eben dieses Asylrecht wieder aufgehoben werden. Außerdem sollen Rückführungsabkommen flächendeckend abgeschlossen werden. Das bedeutet zum Beispiel aus sicheren Herkunftsländern, wie zum Beispiel aus Afrika, wo eben viele Wirtschaftswüchtlinge herkommen, dort sollen eben Rückführungsabkommen abgeschlossen werden, sodass eben solche Wirtschaftswüchtlinge schneller abgeschoben werden können. Dazu möchten sie noch Einrichtungen von UN-Schutzzonen in Krisengebieten, genauso wie die volle Kostenübernahme der Integrationspolitik durch den Bund. Das soll eben die Integration fördern. Und dazu sollen eben Schulen und ja auch Kitas mehr auf Integration eingehen und eben Kinder und Jugendliche besser integrieren. So, der nächste Punkt ist das Rentensystem. Und dort wollen eben die Freien Wähler die Garantie der betrieblichen und privaten Vorsorge. Genauso wollen sie auch keine weiteren Absenkungen des Rentenalters. Dazu fordern die Freien Wähler noch, dass die volle Anrechnung der Elternzeit auf die Rente gesetzt werden soll. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel in Elternzeit geht, dann soll das trotzdem als Arbeitszeit gelten, sodass man eben später eine höhere Rente bekommt. Außerdem soll eine Rentengerechtigkeit für ehemalige Wehrdienstler geschaffen werden. Genauso wie ein Gesetz, dass Kapitalgesellschaften mehr in die Rentenkasse einzahlen müssen. So, der nächste Punkt ist das Gesundheitssystem. Und dort fordern eben die Freien Wähler wohnortnahe medizinische Versorgung. Das bedeutet, sie wollen zum Beispiel auf dem Land eben die Gesundheitsversorgung stärken durch zum Beispiel Freiberufler, das heißt Leute, die auf eigenen Kosten arbeiten beziehungsweise unternehmerisch tätig sind im medizinischen Bereich. Und genau das wollen sie halt eben fördern, um die Gesundheitsversorgung zu stärken. Genauso wollen sie den Hebammenberuf fördern und sie wollen den Erhalt der freiwilligen Organspende ebenfalls bewirken. Ein weiterer Punkt ist, dass sie die Einführung der Sterbehilfe bewirken wollen. Das soll eben dazu führen, dass jeder Mensch frei und selbstbestimmt sterben kann, wann er möchte und wie er möchte. Genauso möchten sie die Gerechtigkeit bei den Gesundheitskosten für Asylbewerber. So, der vorletzte Punkt ist die Sicherheit und die Justiz. Und die Freien Wähler fordern auf jeden Fall eine schnellere Opferentschädigung. Genauso wollen sie härtere Strafen bei Gewalt gegen Amtsträger wie Polizisten oder eben auch Feuerwehrmänner oder sonst andere Amtsträger. Genauso möchten sie die Attraktivität der Bundespolizei erhöhen durch zum Beispiel mehr Vergütung oder eine bessere Ausbildung. Ein weiterer Punkt, den sie für sehr wichtig halten, ist auf jeden Fall die Aufrüstung gegen Cyberkriminalität, die eben in Deutschland noch nicht so weit fortgeschritten ist. Dort wollen sie halt eben den Standard sozusagen an die heutige Zeit anpassen. Genauso möchten sie die Trennung von Bundeswehr und Polizei deutlicher machen. Und der letzte Punkt ist, dass sie organisierte Kriminalität in Europa generell bekämpfen wollen. Das wollen sie halt europaweit, also mit anderen Ländern sozusagen gemeinsam verstärkt verfolgen. So, der letzte Punkt ist die Bildung. Und hier ist den Freien Wählern auf jeden Fall wichtig, dass die frühkindliche Bildung stärker gefördert wird in den ersten Jahren vor der Grundschule. Das bedeutet schon, dass kleine Kinder vor der Grundschule schon Unterricht bekommen, beziehungsweise eine Einführung, dass sie halt eben besser in der Grundschule ankommen und einfach schon auf einem weiteren Stand sind. Genauso möchten sie die Chancengleichheit für alle Kinder, egal wo sie herkommen. Das bedeutet kostenfreie Bildung und Kinderbetreuung. So will man halt im Prinzip die Chancengleichheit für Kinder, die aus armen Familien kommen, zum Beispiel fördern. Genauso möchte sie den Ausbau der Ganztagsschulen bewirken und die neuen überall wieder einführen. Das ist in den meisten Ländern ja schon passiert, aber das wollen sie halt eben bundesweit durchsetzen. Ein weiterer Punkt ist, dass sie zurück zum Diplomstudiengang wollen und sie wollen ebenfalls Erasmus-Projekte fördern. So, das war es auch schon mit dem Video. Falls es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen. Teile das Video gerne mit deinen Freunden, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.